Mein Name ist Jeffrey Sebo-Rodi und ich bin ein Sänger, Tänzer und Schauspieler. Ich unterrichte Steppen, Jazz und Styles an der Norddeutschen Musical Academy. Als Dozent ist es für mich von größter Bedeutung, dass die Schüler verstehen, dass es meine Aufgabe ist, sie für die Branche vorzubereiten. Theater ist eine hart umgekämpfte Welt. Hier können Sie also ausprobieren, was Ihr Körper leisten kann und auch Fehler als Teil des Lernprozesses machen und sich schließlich für neue Erfahrungen zu öffnen.